Fotografie heißt, zeichnen mit Licht. Aber für einen Film braucht es weit mehr als ein bisschen Kreativität. Eine Kamera und ein Stativ. Man benötigt unternehmerisches Wissen, strategisches Handeln, Management. Organisation. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was sagen dann 50 Bilder pro Sekunde? In jedem Unternehmen finden wir diese Bilder. Finden wir die passenden Worte. Das ist Unternehmensdarstellung in ihrer besten Form. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020